Wenn du mal jung wärst, was würdest du dir raten, oder was würdest du jungen Menschen raten, die da so Ausrichtungsentscheidungen im Leben treffen? Ja, ich würde raten, ich habe zu viel Zeit verplempert mit angeblicher Bildung. Und man hat nicht den Mut oder die Energie, um sich dagegen zu stellen. Und so würde ich sagen, halt euch nicht auf, meine Sache war, halt euch nicht auf in Situationen, die nicht Spaß machen. So, endet so fort. Humor ist wirklich wichtig. Humor und Liebe. Und don't be afraid to fall in love. Mit Leuten, mit Dingen, mit was du tust.